Bei einer Trainingrunde vor dem Rückspiel von Honduras und Australien in den Weltmeisterschaft-Playoffs am Mittwoch in Sydney ist eine fliegende Drohne über dem Trainingsplatz entdeckt worden, berichtet das Portal 101 Great Guards. Honduras hat Australien eines Spionageversuches beschuldigt. Ein schwimmendes Haus in Russland. CC 0 Volgograd bringt alle Fans unter. Schwimmende H.U.T.E.L.S. Anführungszeichen für Weltmeisterschaft 2018 Der Verband von Honduras veröffentlichte am 13. November auf Twitter ein Video vom Vorfall. Der australische Verband bestritt, etwas mit dem Geschehenes zu tun zu haben. Laut Sydney Morning H.I.R.A.L.D. Anführungszeichen habe es sich um einen Zufall gehandelt. Ein Vater hätte mit seinem Sohn in einem nahegelegenen Park gespielt und die Drohne gesteuert. Untertitelung des Zufalles